Musik So meine Freunde, ich bin Silahio Probeker. Willkommen bei Watch The Geek Man. Herzlich Willkommen zu I Love Your Class und zwar heute die Klasse von Jaya Sunfighter, meine Freunde. R870 MCS langer Lauf, Sekundärverkampf 40 mit Schalter, White Cards extra 2, Gear extra 1, kugelsichere Whisker extra 2, kaltblütig fest verdrahtet, extra 3 Extrembedingungen, Premiergranate, Kampfaxt. Eins möchte ich noch dazu sagen, Freunde, bitte keine... Oh lol! What the fuck! Bitte keine Klassen in die Kommentare boxen. Es wäre mir... Wärt mir sehr verbunden, Freunde. Wäre mir lieber, wenn ihr das mir als Nachricht schickt bei YouTube oder bei Facebook mir als Nachricht schickt. Das wäre echt eine coole Sache. Ja, ich bin hier gerade reingejoined, Freunde. Glück ab, dass die Runde gerade angefangen hat. Sondern hätte ich auf keinen Aufnahmen wieder abgebrochen. Aber somit geht's go go los hier, go go. Gäb ich mir. Oh ja. Nein, da kommen sie wieder zur zweite von der Seite. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wo bin ich gar keine Rage hier? Wo sind sie denn? Hallo? Hallo? Ja, hallo? Hallo? Nein, keiner da? Ja, ist... Wo sind die jedes Mal? Ich spawn jedes Mal dort, wo kein Schwein ist, ne? Das ist echt wieder verzüglich, meine Freunde. Das ist verzüglich. So, wo sind wir denn hier? Hallo? An sich, äh... Du hast mir die Waffe übrigens mit Frontgriff geschickt. Das ist mir gerade eingefallen, genau. Gibt's leider nicht bei der Waffe. Da gibt's nur Lasermarkierungen und so weiter und so fort. Äh, Frontgriff gibt's da ja nicht. Deswegen hab ich einen langen Lauf drauf gepackt. Hier, für die... Bei der Shotgun. Darf doch nicht wahr sein. Ist da noch jemand? Hallo? Alter. Dort. Oh Gott! Ja! Headshot! Hier ist noch einer. Oh Gott! Nachladen die Kiste. Wo ist er denn? Oh oh. Ne! Er wollte sich auf das Ding schießen! Achso, das wäre eh nicht aufgegangen. Ist mir gerade aufgegangen. Oh Gott! Jetzt krieg ich ja voll von Kappes, ey. Von irgendeinem Typen. Da ist er. Na Gott! Oh Gott! Ey, mit Schaltenverkehr geht die Kapp 40 echt krass, noch krasser ab. Das ist total heftig, ne? Oh, Headshot! Reingeprügelt ins Gesicht. Sag's dir, Junge! Komm, wo ist der Nächste? Nein, hier fliegen nichts überall. Wo sind sie denn? Hallo? Panama City? Hallo? Ich bin hier in Panama Heast. Wo sind sie? Komm! Zeig dich! Oh Gott, Sniper! Ich hab' Angst! Da messert der mich! Ist übens losgecharged, der Typ, ey. Hallo? Ist hier jemand? Sag mal, Leute! Also, ich sag's nochmal, ne? Keine Klassen in die Kommentare bitte schreiben. Werde mir sehr verbunden! Oh Gott! Ah! Mein Gott! Zum Glück darf ich heute mal ein bisschen lauter machen. Ist nämlich noch am Tage. Pupi hat nämlich heute frei gehabt. Stirb! Haha! Muha! Mit Magazinerweiterung! Das Ding wär' bestimmt auch geil. Magazinerweiterung! Und... Hallo! Hallo! Ich bin's, Pupika! Herst, Alter! Oh, er ist schön! Oh, ganz hart! Hallo? Headshot? Ist sie wer? Hallo? Da hinten! Oh Gott, nachladen! Glück gehabt! Ja, stirb! Genau! Lass mal nachladen! Und weiter geht's hier! Shotgun! For the win! Oh, hier muss ja einer sein! Hier haben wir... Hier drüben geht's ab, Freunde! Hier drüben geht's ab! Geben wir mir die Shotgun, die Pfote! Oh Gott! Lauf doch mal! Oh! Oh, ne, herziges Digger! Genau, Freunde, hab ich ganz vergessen! Huch! Huch! Was war das denn? Was war das denn, Freunde? Was war das? Was war das? Oh, oh! Oh, oh! Gleichstand hier! Beim Kollegen und mir hier! Wer ist denn das? End Shadow! End Shadow! Und ich hab' Gleichstand! Oh, Headshot! Oh Gott! Ne, doch nicht! Hallo? Da läuft einer! Nein! Nachladen! Oh Gott! Nein! Was führt da auch noch? Das Dreckschwein! Das führt! Der End Shadow hat mich nämlich getötet, Freunde! Oh! Nein! Ja, steht da so blöd rum, ey! Das Gleiche mit der... Mit der... Kap 40 mit Schalldämpfer in der Fresse gejagt! Ja, komm, zeig dich! Oh, ich bin erster, Freunde! Ich glaub's nicht! Hallo? Headshot! Nein! Oh, Glück gehabt! Da bist du das Ding fast versäbelt, ey! Oh! Oh, ne! Steht der daneben hier mit so einem anderen Ding, ey! Ist der Dunschön! Hallo? 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 Ist hier jemand? Hallo? Komm, gib's mir! Oh, da oben! Freunde, da müssen wir hinchargen! Guck, gau! Guck, gau! Oh! 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 Von drei Seiten wirst du hier gebumst! Ja, jetzt gehst du aber drauf. Komm, gib mir hier einen Shotgun. Ah, gehst du drauf, Kollege, Schnürschuhe. Hab ich ihn, hab ich ihn zitiert, den meiner. Hab ich da zitiert. Kann mal vorkommen, ne? Den Born hab ich da zitiert. Na! Das war nicht immer Absicht. Ah! Ja, letzter Schuss! Oh Gott! Gib mir Waffe hier! Oh Gott! Wo ist denn der? Ja, komm, 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 komm! Wo ist er? Na, 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 na! Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Hallo! Puppiger Sack! Ist hier jemand? Sag mal! Oh, da, da! Den holen wir uns, Freunde! Komm, hinschleichen! Wo ist er? Da habt ihr, wo nicht war! Oh Gott! Das glaub ich jetzt nicht, oder? Das glaub ich jetzt nicht, Freunde! Na? Hier war doch grad noch eh nur... Oh Gott! Boah! Glück gehabt! Ah! 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 Yeah, Freunde! Hallo? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Fernladung, Freunde! Oh Gott! Vier reichen! Vier Kugeln reichen! Oh Gott! Wo sind sie denn? Oh, ich krieg's doch nicht mehr gebacken! Nachladen! 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 Oh! Hol' mal das RCX-Ding raus! Fahr' los! Noooong! 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 Jump round! Ha! Ha! Hey, Shadow gekillt! Ja! Wenn der Puppiger da ist, äh, hat der nämlich nicht schon so lange... Oh! Der hat er schon von hinten geholt! Darf der wohl nicht wahr sein, ey! Komm! Komm! Hallo! 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 Ist ja jemand! Boah! Oh Gott! Da muss ich nachladen! Oh, da hab ich schon! Wuhu! Alter, hab ja klar es hier von... Jaya Sunfighter! Ooooooooh! Boah! Gemessert darf ich eigentlich nicht, aber ich muss es trotzdem! Mir blieb nicht anders übrig! Weil ich denen so cool entgegengerannt bin hier! Oh! Hab ich das überhaupt am Anfang gesagt, dass die Klasse von Gaya Sunfighter ist? Ich glaube nämlich nicht! Aber... Oh! Oh! Ich hab eher als ich gesehen gehabt! Komm, mach mal los! Nice damit! Fahre! Fahre, Junge! Ich will ihn haben! Hä, wo ist denn der? Ist der da? Nein! Nein! Oh Gott! Mich hat aber noch keiner gesehen! Mich hat aber noch keiner gesehen heute! Ah! Nein! Oh, nee! Komm, Freund! Das müssen wir jetzt noch... Das müssen wir jetzt noch reißen! Wird hier jemand gespawnt? Weiß nicht! Wird hier jemand gespawnt? Aber heute mal nicht! Heute haben sie keine Lust hier! Ah! Boah! Da kann die hier mir ans Gesicht gesprungen! Wie Aliens! Was? Hallo? Hahaha! Ja, Freunde! Vielen Dank auf jeden Fall an Jire Sunfighter! Für diese... Klasse! Die ich... Dominiert habe! Oder gespielt habe! Hallo? Versterbt er schon wieder? Ja, vielen Dank, Freunde! Und, äh... Vielen Dank nochmal an dich, Jire Sunfighter! Und Rennjahun! Euer Pubiker! Bis zum nächsten Eil auf ihr Glas! Clear left!